Herzlich Willkommen, mein Name ist Heidi Reichenberger von Remax Best Service Immobilien und ich möchte Ihnen heute diese wunderschöne Doppelhaushälfte in München-Forstenried präsentieren. Das Haus ist soeben fertiggestellt worden. Es ist ein sogenanntes KfW 70 Haus, nach der neuesten Energieeffizienzklasse gebaut und ist nach Absprache sofort bezugsfrei. Das wunderschöne nach Süden ausgerichtete Grundstück ist hell und sonnig gelegen und die Grundstücksgröße beträgt ca. 252 Quadratmeter. Die Wohnfläche des Hauses sind ca. 158 Quadratmeter und die Nutzfläche beträgt über 200 Quadratmeter. Gerne lade ich Sie zu einem Rundgang durch diese wunderschöne Immobilie ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wohnfläche der Untertitelung des ZDF ha templat fácil. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne stehe ich Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung und freue mich über Ihren Anruf. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.